Oh Onkel, hast du ein anderes Einkaufsverhalten? Ja, bei fast 30 Grad kaufe ich ganz wenig ein. Aber dafür gute Sachen. Büffelmozzarella, der Blumenkohl 1,80. Vor einer Woche kostete der noch 3,20. Knoblauch 1,19 Euro bei Rewe, der Preis hatte mir gefallen. Brot für 1 Euro, Möhrchen für 2, Butter und Ketchup und bisschen Käse dabei. Onkel, was ist denn die Kernbotschaft? Na, ich war natürlich mit dem Hacken-Porsche in den öffentlichen Verkehrsmitteln und benetzte natürlich 2 Sitzplätze. Bei allen anderen waren für Behinderte Kinderwagen und Rollstühle reserviert. Es kam, wie es kommen musste. Ich hatte es schon vor letzter Woche schon erwartet. Man monierte und kann ich mich da hinsetzen? Ich sagte, der Wagen bleibt da stehen. Und dann wurde sich erbläht und erzürnt. Und Onkel, wo ist denn jetzt die gute Nachricht? Die gute Nachricht, die ist erstens hier. Zweitens hatte mich diese Dreistigkeit in keiner Weise überhaupt emotional berührt. Ich kicherte in mich hinein und ich zeigte auch meine neuen Zähne. Und ich lachte sehr laut und sehr herzhaft. Und ich denke, damit habe ich genug Bestrafung nach außen hin verteilt. Warum soll ich mich denn rechtfertigen? Ich bin ein dicker Onkel und ich beanspruche den Platz, den ich verdient habe. Eigentlich hätte ich ja einen Vierfachplatz verdient. Aber ich will bescheiden bleiben. Bescheiden und gut gelauern. Heute? Blumenkohl heute Abend? Ja, Mann! Blumenkohl in der Haus! Das ist... Bis zum nächsten Mal. Es geht um. Bis zum nächsten Mal.